Hallo Leute, ich bin Ultimate Spendash und wir werfen heute einen Blick auf den überarbeiteten Excalibur. Excalibur ist praktisch Warframes Maskottchen, aber bisher war er ein durchschnittlicher, wenn nicht sogar unterdurchschnittlicher Warframe. Früher hat ihn noch seine radiale Blendung gerettet, seit dieser war mit Sichtlinie erarbeitet, was nicht immer funktioniert, war das praktische letzte Nagel im Sarg. Die Frage ist also, ist das, was DE gerade aus diesem Sarg geholt hat, nur ein Zombie, oder kann Excalibur jetzt auch auf eigenen Beinen stehen? Excaliburs Blaupause findet ihr im Markt für 35.000 Credits. Seine Teile droppen von Ambulas, welchen ihr auf Pluto findet. Ja, ihr findet diesen Warframe, der wohlgemerkt auch ein Starter ist, auf Pluto. Heißt, neue Spieler, die Excalibur nicht als Starter geredet haben, könnten Schwierigkeiten haben, ihn zu bekommen. Alternativ ist Excalibur auch zusammen mit Zod und Reaktor für 75 Platin erhältlich. Das ist es sogar wert, wenn man ihn sofort will, da der Frame an sich nur 35 Platin kostet und damit billiger ist, als die Teile zu sammeln, zu bauen und das Endprodukt zu rushen. Excalibur Prime ist ein Sonderfall. Er war bis zum 1. November 2013 als Teil aller Founder-Pakete ab dem Jägerrang erhältlich. Seitdem ist er nicht mehr erhältlich und nein, er kommt nicht zurück. Excalibur Prime erhielt mit dem Rework auch seinen Prime-Buff, 25 Panzerung, was ihn auf 250 setzt, während Excalibur auf 225 erhöht wurde. Außerdem startet der Excalibur Prime mit einer zusätzlichen V-Polarität und einer V-Aura-Polarität. Sein einziger wirklicher Vorteil ist die Fähigkeit, Energie aus Death-Orbs beziehen zu können. Excaliburs erste Fähigkeit, Schwertstoß, schleudert Excalibur nach vorne und schadet allen Feinden in seinem Weg. Zudem wurde Supersprung in diese Fähigkeit integriert, zieht einfach auf einen höher gelegenen Ort. Schwertstoß profitiert außerdem von allen Nahkampfmods, die den Schaden erhöhen. Während des Stoßes kann Excaliburs Gesundheit nicht durch Angreife reduziert werden, seine Schilder allerdings schon. Seine zweite Fähigkeit, Radiale Blendung, blendet alle Feinde, die Excalibur sehen kann, die ihn sehen können oder ihn innerhalb der letzten Sekunden gesehen haben. Das funktioniert nicht immer richtig, aber da ihr die Fähigkeit jetzt auch im Lauf aktivieren könnt, gibt es eigentlich keinen Grund, ein Gefecht nicht mit dieser Fähigkeit zu beginnen. Seit einigen Updates sollen geblendete Feinde auch versuchen, euch anhand von Geräuschen ausfindig zu machen und in eure Richtung zu schießen. Dies habe ich aber nicht reproduzieren können. Außerdem sind geblendete Feinde jetzt für Finisher anfällig. Für zusätzlichen Finisher-Schaden gibt es zudem auch noch die Augment-Mod Radialer Todesstoß, mit der sich ein entsprechender Build erstellen ließe. In dem Fall solltet ihr aber auch eure Nahkampfwaffe für Finisher modden. Seine dritte Fähigkeit, Radialer Sperrwurf, war früher seine vierte. Sie funktioniert immer noch wie früher und arbeitet wie Radiale Blendung mit Sichtlinie. Wenn sie aktiviert wird, werden bis zu zwölf Feinde in der Nähe von Energieschwertern durchbohrt und erleiden Schaden. Überlebende Feinde werden kurzzeitig betäubt. Seine neue vierte Fähigkeit ist Erhabene Klinge. Excalibur zieht sein neues Energieschwert, welches bei jedem Schwung eine Energiewelle erzeugt, die Feinden in ihrem Pfad Schaden zufügt. Die Energiewellen durchdringen Wände und haben eine Reichweite von 40 Metern, welche offenbar nicht durch Kraftreichweite beeinflusst wird. Die Wellen können weder Berserker aktivieren, noch zum Combo-Counter beitragen, erhalten aber den Effekt von Kanalisierungsmods wie Lebensschlag und können die Schildblasen von Nullfeldern durchdringen. Außerdem pariert Excalibur automatisch Angriffe von vorne und verbraucht dabei zwei Ausdauer, blockt aber auch, wenn keine Ausdauer mehr vorhanden ist. Wenn ihr einen Slide-Attack ausführt, blendet ihr alle Gegner in Reichweite ohne Energiekosten. Es ist aber weniger effektiv als Radiale Blendung und erlaubt keine Finisher. Schwertstoß wird verstärkt, solange die Fähigkeit aktiv ist und erzeugt neben zusätzlichen Schaden auch Energiewellen. Die Fähigkeit verbraucht, solange sie aktiv ist, konstant Energie, hat aber keine Kraftdauer. Außerdem könnt ihr keine Energie von Aura-Mods oder Verbrauchsgegenständen erhalten, aber weiter Energiekugeln aufsammeln. Erhabene Klinge profitiert von den Mods, die sich auf eurer Nahkampfwaffe befinden, aber nicht von den eigentlichen Werten eurer Nahkampfwaffe, da die Klinge ihre eigenen Stats sowie Haltung samt Kombos besitzt. Excalibur besitzt eine passive Fähigkeit, die seinen Nahkampfschaden und seine Angriffsgeschwindigkeit um 10% erhöht, wenn er Langschwerter, Doppelschwerter oder Likanas verwendet. Wenn ihr die Waffen-Augment-Mod für die Scanner besitzt, benutzt die, da sie den Schaden von Erhabener Klinge erhöht. Beachtet außerdem, dass sie nicht ihren Syndikatseffekt auslösen können, solange Erhabene Klinge aktiv ist. Mein Bild besteht aus Wut, Vitalität, Fluss, Reflexion, Kontinuität, flüchtige Stärke, Stromlinie und einer Rang 4 flüchtenden Expertise. Dadurch kann ich Erhabene Klinge praktisch konstant nutzen, ohne meine anderen Fähigkeiten zu schwächen. Reflexion reflektiert 96% des gelockten Schadens, wodurch ihr auch in langen Missionen noch Schaden anrichten könnt. Verwendet außerdem Nebenschlag auf eurer Nahkampfwaffe, um euch heilen zu können. Reflexion und Lebensschlag haben außerdem einen interessanten Nebeneffekt, der euch auch durch den Schaden, den ihr reflektiert, heilen könnt, ohne dabei Energie zu verbrauchen. Dazu müsst ihr nur kanalisieren, während ihr blockt. Excalibur hat den größten Rework in der Geschichte von Warframe erhalten und er spielt sich jetzt deutlich besser. Unglücklicherweise wird Excalibur vermutlich das gleiche Schicksal erleiden wie diverse andere Warframes, welche zwar gut sind, aber von anderen Warframes in bestimmten Bereichen übertroffen werden. Besonders die Bereiche, die im derzeitigen Endgame wichtig sind. Und da sehe ich Excalibur derzeit nicht weit vorne, obwohl seine Blockfähigkeit mit Reflexion durchaus für einige Strategien nützlich sein könnte. Das heißt allerdings nicht, dass der neue Excalibur nicht Spaß macht, denn das Problem liegt nicht bei ihm, sondern im Design der derzeitigen Endgame-Missionen. Und sobald Ausdauer entfernt wird und es wurde bereits beschädigt, dass es passieren wird, könnte Excalibur der Warframe für Nahkampf-Only-Spieler werden. Einen 3 7 7 8